We gonna put it all in, all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie, copy how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rappers think they saw, see. Wie ihr es bestimmt schon mitbekommen habt, morgen passiert ja dieses Live-Event, also ja, heute ist der letzte Tag vom Live-Event, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was morgen passieren wird. Und ihr seht schon hier im Hintergrund, es gibt heute diese neuen Banner-Skins, finde ich auf jeden Fall mega nice. Und ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach noch ein paar chillige Duo-Runden und ja, los geht's. Ganz kurz bevor das Video beginnt, ich habe gerade gesehen, dass einfach über 60% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich noch nicht abonniert haben. Also ja, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, ist ganz einfach und geht mega schnell. Und falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr ganz einfach im Item-Shop in Fortnite, rechts unten bei Unterstützer1Creator, meinen Creator-Code eintragen, arianfn, dann annehmen, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. Hä, warte, hier kommen welche. Was? Was hast du? Ich habe einen Headshot gegeben in der Luft. Außerhalb von der Zone kommen so viele. Wow. Bei mir sind ein paar. Ich habe einen Kopf in. Ich hab einen. Jo. Hab beide. Alter, das war kein... Ich hab einen. Äh, da vorne so ein bisschen. Einer hat den Hits. Hab einen. Ja, bei mir sind es zwei Leute. Hab einen. Oh. Hä? Ja, okay, beide tot. Willst du Raketenwerfer? Ich mag dir nichts. Ja. Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab noch mal bei mir, bei mir. Ich hab einen. Ich hab einen. Warte. Oh, das ist meine Wand. Hab ihn. Ich hab die Waffe bekommen. Oh, warte. Ich hab eine Idee. Oh ja, hier ist jemand. Hä? Warte, der hat den doch gerade wiederbelebt. Bei mir ist er noch. Ich hab ihn. Alter, der hat gar nichts mehr gecheckt. Ey, du weißt, noch zwei Tage, ne? Was denkst du, was passiert? Oder ich denke, der Roboter wird gegen den... Hab einen. ...diesen Drachen... Was? Okay. Also ich glaube, der Roboter, der gebaut wird, wird locker gegen diesen Drachen da kämpfen. Weißt du? Mhm. Ja, dann wird die Map kaputt gehen. Ja, dann wird die Map kaputt gehen. Ich hab noch einen. So. So macht, finde ich, schon Spaß. Weil, hier kommt einer. Der ist One-Shot. Du hast ihn. Hab ich nicht. Oh oh. Wo ist er? Unten. Hab ihn. Komm, Krabbel. Ich hab ihn. Die Snipes sitzen. Und, tschüss. Was? Ja, der eine ist tot. Hab ihn. Hab ihn. Nice. Ey, komm mal mit bei mir. Da. Kommst du? Ja. Soll ich Luftschlack machen? Ja. Hopp. Hab einen. Oh. Wo ist der andere? Der ist gar nicht hier. Doch, der ist oben. Noch da oben. Bleib runter. Da ist er. Hab ihn. Perfekt. Alter, ich hab genau bei einem 999. Netz. Pass auf, den snipe ich. Oder auch nicht. Hier ist er. Jawohl. Nice. Ich hab vier Jumphits. Komm mit. Hau rein. Junge, was? Hab einen. Ich hab keine Mets mehr. Oh. Hintert ihr auch noch. Halt sie, Habtie. Oh. 's. Oh. 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 Hab beide Nehmt die Spurenmetz Hey wo ist der? Rechts irgendwo. Da. Ah da. Nein oder? Wie sind die letzten immer so schlecht? Komm lass wir einen Ohren machen. Der checkt das glaube ich eh nicht. Oh mein Gott. Komm. Warte. Ach der arme. Hat sich gerade wahrscheinlich frisch den Battle Pass gekauft. Wollte eine Runde zocken. Hahaha. 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 Hahaha.